Vor allen Dingen müssen wir mal zum Beispiel über den hier reden. Das ist jetzt kein Planet, das ist jemand, den Sie kennen. Ein sehr schöner Himmelskörper. Und wie ich gerade heute aus einer E-Mail erfahren habe, gibt es über mich verunglimpfende Videos auf YouTube, wo dann da drauf steht, so ein Dummschwätzer und so weiter. Ich stehe zu meinem dummen Geschwätz, namentlich nachdem ich die große Ehre hatte, am Abend meines 50. Geburtstags mit Neil Armstrong zusammen eine Fernsehsendung machen zu dürfen. Und wir genügend Zeit hatten, uns darüber herzumachen, ob er nun am Mond gewesen ist oder nicht. Das heißt ja und. Ich halte jetzt keinen Vortrag darüber, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, aber vielleicht kann ich ein Wort dazu sagen, oder fünf oder zehn. Es gibt ja jetzt seit Neuestem diesen Lunar Reconnaissance Observer, der fliegt ja um den Mond rum. Und das Erste, was er gemacht hat, war erst mal Apollo 11 Landestelle zu fotografieren. Dann Apollo 12. Von Apollo 13 gibt es leider keine. Wissen wir ja? Apollo 14 und so weiter und so weiter. Und was man da alles sehen kann und so weiter. Dann weiß ich natürlich, dass die Skeptiker sagen, ja heute sind die Amerikaner auf dem Mond. Heute, ja klar. Da haben die alles so hingemacht. Alles genau so. Logisch. Die haben das ausgerollt, sind die extra nochmal so hingefahren. Da sind die Astronauten, die sind dann extra so gegangen, dass man auch richtig schön sehen kann. Alles. Aber ich will Ihnen eines sagen, falls Skeptiker hier im Saal sind. Machen Sie sich doch mal eines klar. Wenn Sie nicht glauben, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, dann glauben Sie zugleich, dass die ehemalige Sowjetunion mit den Amerikanern unter einem, ja wie soll man sagen, die steckten unter einer Decke. Denn, die Argumentation ist ganz einfach. Sie können heute mit Ihren Handys locker und leicht lokalisiert werden. Das macht man mit Triangulation. Man muss nur noch einen anderen Punkt haben, dann kann man sofort feststellen, wo Sie sind. Das konnte der Russe auch schon immer. Das konnte man schon immer. Seitdem man Funkgeräte hat, kann man mit Triangulation feststellen, woher kommt ein Signal. Diejenigen, die glauben, die Amerikaner seien nicht auf dem Mond gewesen, unterstellen also, allen Ernstes, dass ausgerechnet, zum Beispiel die sowjetische Administration, nachdem sie gemessen hat, dass der Satz, kleiner Schritt für mich, aber ein großer Sprung für die Menschheit, und so weiter, dass der aus Kalifornien gekommen ist, ist ja klar, ich weiß jetzt nicht, wer damals, ich glaube, Podgorny oder was, wer es war, oder Brechendief, Gromiko und die ganzen Kameraden, hat dann nochmal beim Nixon angerufen, Richard, es ist soweit alles in Ordnung bei euch, wir haben es jetzt mitgekriegt, aber wir werden natürlich weiter mit euch zusammen die Meinung vertreten, dass ihr die Ersten auf dem Mond gewesen seid und den Kasten mit den Havanna-Zigarellos, den schicken wir dir auch und Prost und so weiter. Was für ein Schwachsinn. Also, ich glaube, den Leuten ist nicht wirklich klar, was sie alles für Behauptungen aufstellen, die Amerikaner waren natürlich auf dem Mond und deswegen wissen wir auch eine ganze Menge darüber, wie der Mond entstanden ist. Ich bin so ein Dummschwätzer und so weiter. Ich stehe zu meinem dummen Geschwätz, namentlich nachdem ich die große Ehre hatte, am Abend meines 50. Geburtstags mit Neil Armstrong zusammen eine Fernsehsendung machen zu dürfen. Und wir genügend Zeit hatten, uns darüber herzumachen, ob er nun am Mond gewesen ist oder nicht. Ich halte jetzt keinen Vortrag darüber, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, aber vielleicht kann ich ein Wort dazu sagen oder fünf oder zehn. Es gibt ja jetzt seit neuestem diesen Lunar Reconnaissance Observer, der fliegt ja um den Mond rum und das Erste, was er gemacht hat, war erst mal Apollo 11 Landestelle zu fotografieren. Dann Apollo 12. Von Apollo 13 gibt es leider keine. Wissen Sie, ja? Apollo 14 und so weiter und so weiter. Und was man da alles sehen kann und so weiter. Dann weiß ich natürlich, dass die Skeptiker sagen, ja heute sind die Amerikaner auf dem Mond. Heute, ja klar. Da haben die alles so hingemacht. Alles genau so. Logisch. Die haben das ausgerollt, sind die extra nochmal so hingefahren. Da sind die Astronauten, die sind dann extra so gegangen, dass man auch richtig schön sehen kann. Alles. Aber ich will Ihnen eines sagen, falls Skeptiker hier im Saal sind. Machen Sie sich doch mal eines klar. Wenn Sie nicht glauben, dass die Amerikaner auf dem Mond waren, dann glauben Sie zugleich, dass die ehemalige Sowjetunion mit den Amerikanern unter einem, ja wie soll man sagen, die steckten unter einer Decke. Denn, die Argumentation ist ganz einfach. Sie können heute mit Ihren Handys locker und leicht lokalisiert werden. Das macht man mit Triangulation. Man muss nur noch einen anderen Punkt haben, dann kann man sofort feststellen, wo Sie sind. Das konnte der Russe auch schon immer. Das konnte man schon immer. Seitdem man Funkgeräte hat, kann man mit Triangulation feststellen, woher kommt ein Signal. Diejenigen, die glauben, die Amerikaner seien nicht auf dem Mond gewesen, unterstellen also allen Ernstes, dass ausgerechnet, zum Beispiel die sowjetische Administration, nachdem sie gemessen hat, dass der Satz, kleiner Schritt für mich, aber ein großer Sprung für die Menschheit, und so weiter, dass der aus Kalifornien gekommen ist, ist ja klar, ich weiß jetzt nicht, wer damals, ich glaube, Podgarni oder was, wer es war, oder Brechenjew, Gromiko und die ganzen Kameraden, hat dann nochmal beim Nixon angerufen, Richard, ist soweit alles in Ordnung bei euch, wir haben es jetzt mitgekriegt, aber wir werden natürlich weiter mit euch zusammen die Meinung vertreten, dass ihr die Ersten auf dem Mond gewesen seid, und den Kasten mit den Havanna-Zigarellos, den schicken wir dir auch, und Prost und so weiter. Was für ein Schwachsinn. Also, ich glaube, den Leuten ist nicht wirklich klar, was sie alles für Behauptungen aufstellen, die Amerikaner waren natürlich auf dem Mond, und deswegen wissen wir auch eine ganze Menge darüber, wie der Mond entstanden ist.